Wichtige Sicherheitsmeldung. Ihr Computer wurde gesperrt. Ihre IP-Adresse wurde ohne Ihr Wissen oder Ihre Zustimmung verwendet, um Websites zu besuchen, die den Virus-Identitätsdiebstahl enthalten, um den Computer zu entsperren. Bitte rufen Sie sofort den Support an. Bitte versuchen Sie nicht, Ihren Computer herunterzufahren oder neu zu starten, da dies zu Datenverlust und Identitätsdiebstahl führen kann. Die Computersperre